Und da ist noch... Boah... Noch keinen Plan, wie das hier laufen wird, aber es kann ja nicht allzu schwer sein. Ich meine, das ist das dritte Level von, weiß nicht, 20... Ein Troll kommt zu euch. Angelockt von eurer herrlichen Werkstatt. Seine handwerklichen Fähigkeiten stellt er ganz in eure Dienste. Er wird euch Fallen und Türen zu eurer Verteidigung bauen. Oh ja, sowas von meine Dienste. Gut gebaut. Nun wählt das Hammersymbol aus, um die Werkstatttafel zu öffnen. Klickt darauf auf das Symbol der Wächterfalle. Das blinkende Feld in der Nähe eures Dungeon-Herzens wäre ein guter Platz für eine Wächterfalle. Jetzt seht gut hin. Eure Trolle bauen die Falle. Dann bringen Imps sie an die gewünschte Stelle. Da geht und... Ach der Scheiße. Die haben auch Kanonen. Die sollen keine Kanonen haben. Um Graf von Gierling aus seinem Versteck zu locken, baut alles Gold in seinem Reich ab. Welt der Guten. Jo, das ist jetzt nicht einmal, nicht zweimal, sondern ganz dreimal abgestürzt. Und ich bin so stolz. Ich glaube ich sollte echt mal überprüfen, ob das mit den richtigen Einstellungen läuft. Ich meine das Spiel ist schon älter und damals gab es noch nicht mehr XP. Das war noch nicht mal in Sicht. Vielleicht sollte ich noch das ein oder andere Upgrade installieren, damit es vielleicht ein bisschen stabiler läuft. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Halt die Fresse. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Hm, da liegt sie. Komm schon, hol. Nimm hol. Trag, trag, trag weiter. Komm schon, schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. Diese Wächterfallen feuern nur, wenn eure Mana-Vorräte dafür ausreichen. Ja, das stimmt leider. Kein Mana, kein Feuer. So habe ich jetzt alles. Nee, Trainingsraum. Wow, großer Trainingsraum. Okay, wie viel Viecher habe ich? Ja, das wird reichen für den einen Typen, der da rumschwört. Haben ja eben schon gesehen, dass hier drüben irgendwie so ein Typ ist. Das Ding kostet 1000, habe ich nicht. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. So, macht das Viech fertig. Man sieht meine Wächterfahne. Richtig gut. Oh, noch ein Magier, der kann direkt mit kämpfen. So, und sie geht auf Erkundungsklug, weil das Viech ist eigentlich ziemlich miss. Aber Erkunden kann es halt. Und solchen Dingern ausweichen. Ach, wie man sieht, nicht. Ein Graf von Gierling aus einem Versteck zu locken, baut alles Gold in seinem Reich ab. Ja, natürlich, ja, ist ja gut. Das erste, was ich mache, ist hier erstmal noch eine Tür hinbauen.